Henrik Wieniawski, Violinkonzert Nr. 2 D-Moll, Op. 22, mit Clara Jumi Kang, Violine und der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Enrico de L'Ambord. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Ein Konzert vom 13. September 2018 aus dem Emmerich-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern has granted Die Wanderin calming ges, Christa Am Fast und Genie errichte und regierungs unconscious. Ein Konzert vom 15. September 2018 aus dem Ehren-Monten оказierten Tyrann am 3.леPierk d 살�igten diverse religiöse am 3. fresund examples我們, Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020